Weg hier! Und rein da! Oh Gott. Geht da gar nicht. Geht auch nicht. Nein! 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 Wir schaffen das schon. Schnell weg hier! Schnell weg hier! Oh nein! Ein Ring! Toll! Schlafen die Blumen? So, jetzt die ganze Scheiße... Oh. Naja, egal. Ja, jetzt die ganze Scheiße also nochmal. Und zwar diesmal müssen wir da... Warte mal, was ist denn da eigentlich dann? Ja toll, solche komischen Baumstücke. Super. Naja, egal. Wir haben jetzt jede Menge Ringe zum Schätzen. Und haben da unglaublich viele Strapaten auf uns genommen. Und die gehen wir jetzt alle schätzen. Aber sowas waren... Und wenn irgendeiner eine Ahnung hat... Handy! Ähm, dann bitte sagt mir... Wo ich jetzt hingehen soll. Was ich tun soll und wieso und warum eigentlich. Ja, warum ist ja klar. Um die Welt zu retten, aber... Ähm, halt beschreiben. Und ja, wir haben drei Ringe zu schätzen. Das ist ja schön. Ähm, ja, schätzen. Wieso haben wir eigentlich drei Ringe zu schätzen? Hm, ich sehe, das ist ein Octoring. Nee, der war vor. So zum Octorak. Octorak! Das ist es, was dieser Ring ist. Ich erzähle mir das Ding. Welchen Ring darf ich... Will ich schätzen? Diesen hier. Macht 20 Rune. Hm, ich sehe, das ist ein Zora-Ring. Kein Atmen unter Wasser nötig. Oh! Das ist es, was dieser Ring ist. Ich setze ihn auf die Liste. Ah, dann können wir sozusagen für immer tauchen sozusagen. Also immer tauchen. Darf ich völlig schätzen. Ja, den hier. 20 Rune. Jetzt bitte irgendwas Gutes. Hm, ich sehe, das ist ein Treibsandring. Aha. Kein versinkenden Treibsand. Was für ein Treibsand? Du hast sie bereits. Ich kaufe ihn dir für 30 Rubinen ab. Ah, Treibsandring haben wir schon bereits? Ich habe gemeint, wir haben gesamte Ringe geschätzt. Ja, toll. Vergiss nicht, Ringe sind unwirksam, wenn sie nicht getragen. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt mal den Treibsand... Quatsch, den Treibsandring. Den Zora-Ring mit und probieren ihn aus. Und wer damit dann... Wer ist das Zora-Ring? Nein, das ist das Dämonen-Ring. Ich denke, der ist böse. Wow, haben wir schon viele. Immun-Ring, Treibsand-Ring, Faktor-Ring, Octorock-Ring, Gärtner-Ring... Äh, Zora-Ring. Keine Art, bin unter Wasser. So, jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn. Bla, 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 genau. Das ist sehr, sehr gut. Das ist sehr schön. Das gehen wir jetzt nochmal ausprobieren, bevor ich die Aufnahme hier beende. Ja, aber erstmal gehen wir hier schön graben und Herzen holen. So, Leute, jetzt haben wir hier alles und wir gehen jetzt einfach mal irgendwo hin und tauchen. Einfach nur, weil ich Bock habe. Aber warte mal, vielleicht... Warte mal, bevor wir es machen, wir mal kurz zu Impa und fragen sie. Ein brillenförmiger See? Ich glaube, der liegt im Osten. Wenden wir mit Vorsicht. Ja, toll, weiß ich doch schon. Aber wie kommen wir jetzt zum nächsten Dungeon? Wo ist dieses ver... ...vieh... ...neue Dungeon? Zora-Ring, aktiviert! Auf geht's! Jetzt bin ich mal gespannt, wie lange wir tauchen können. Alter, seht euch das an! Wir können so lange tauchen, wie wir wollen! Geil! Das hätten wir gerade sehr gut gebrauchen können. Das macht Spaß, Leute! Das macht echt Spaß! Können wir eigentlich hier drunter getaucht? Nein! Nein! Also, wenn du irgendwo Wasser siehst, tauche sofort! Und der Zora-Ring ist cool, der Zora-Ring ist cool... Der Zora-Ring ist cool. Findet ihr nicht auch, dass der Zora-Ring genial und cool und so ist? Warte mal, ich glaube, wir haben uns doch gar nicht, ähm, ähm, warte, diesen einen Dorf da umgesehen. Diesen komischen Wasserdorf da. Genau da. Versuch, gestört! Nein, was tue ich? Oh, ich bin so dumm. Ach, geht doch. Moment kurz. So. Hm, mal sehen. Nee, ist das hier? Ach ja, Leute. Hallo! Hey! Ich hatte Angst und bin davon gelaufen. Angsthase. Ah, ich hätte sagen, das Monster ist irgendwo hinten verschwunden. Dabei hätten wir es in unsere Schütztruppe aufgenommen. Äh, ja, klar. Ihr wolltet es doch gar ein paar, äh, kleine Stückchen verkaufen oder so. Weiß ich nicht mehr. Was auch mit Dimitri und so. Weiß gar nicht, habt ihr das überhaupt gesehen? Es war doch im Part, im verschollenen, ähm, Part 13,5, wenn ich ihn jetzt einfach mal... Äh, hallo, Chinese, wie geht's so? Der mysteriöse Baum am Rande der Stadt steckt Turmkräne, äh, Sturmkerne. Oh, was mache ich, Sturm... Turmkräne? Ja, natürlich. So, was ist das hier? Was hat das hier mit zu bedeuten? Na, egal. Oh, ja, Leute. Die Musik ist irgendwie cool. Ach, ja, genau. Rausziehen! Hihi. Komm, wir gehen mal wieder zum Federberg. 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 Wir laufen nur... in diesem komischen Game herum. Und machen nichts. Haben keine Ahnung, wo's hingeht. Aber ist ja... egal. Und so weiter. Hm. Äh, ja. Bitte bin ich zum Federberg gegangen. Weiß ich nicht. Turi, Leute, aber das weiß ich nicht. Hm. Na, du Deku-Bä... Deku-Baum-Ding. Du? Ah, da unten ist so ein... ...Gascha-Bä-Ding. Aber da konnten wir ja nicht, ähm... Ja. Ich will einfach mich nur noch umgucken, ob's hier irgendwas zu tun gibt noch. Hm. Ich denke mal nicht. Ich... So. Nein! Okay, mal sehen. Wo gehen wir jetzt hin? Was ist hier? Nur Toren. Waaah. Ah, hier. Hm. Äh, ach, nö. Ah, was fällt mir ein? Wir können hier mal, ähm... ... noch mal zu... ... einigen gehen. Zu Marlon. Oder wie die immer heißt. Hier. Ob die hier irgendwas Neues ist jetzt. Hallo. Hm? Hoffentlich geht es meinem Vater gut. Warum auf dem Fede haben wir hier... Ah, es ist nichts Neues. Schade. Ja, was ist nun mit ihrem Vater? Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung. Hm. Ich mein, die heißt ja Marlon, nicht wahr? Wenn ihr Vater genauso eine Schlafsmütze ist wie... ... in Ocarina of Time, dann wüsste ich sogar, wer... ... wer, äh, das sein kann. Der ist oben auf dem Federberg und schläft. Wer das ist, dann... ... finde ich das irgendwie lustig. So, hier ist der Brillensee. Was muss ich hier tun? Preisfrage an alle. Was muss ich tun? Ihr gewinnt ein Haufen nichts. Oh, Junge. Das wollte ich schon immer mal haben. Ja. Sommer. Mal sehen, was sagt denn der Sommer so? Ach ja, genau. Er sagt auch wieder nichts. Nichts. Toll. Ganz toll. Ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss. Und so weiter. Und was sagt der Herbst? Der Herbst sagt unglaublich viel Wasser. So. Ja, jetzt wurde ich grad unter Wochen, ne? Wieder mal... ... total dumm. Ohne anzuklopfen. Ist ja klar. Wer klopft schon an? Das machen doch nur... Keine Ahnung. Irgendwelche Leute, die... ... unhöflich oder was weiß ich sind. Naja, ist doch falsch. Anklopfen ist unhöflich, Leute. Das ist doch jeder. Ich schau mich hier irgendwie nur noch random um. Und weiß nicht, was ich tun soll. Vielleicht ist ja hier in dem See irgendwas, wenn Sommer ist. Mal sehen. Gehen wir mal nachschauen. Hallo, Mopplein. Hallo, Sommer. Hallo, Winter. Frühling. Sommer. Ja. Ah, ah. Guck mal einer schau. Sieht euch das an. Sieht euch das an. Hm. Bestimmt nur ein Gaschabit. Oder auch nicht. Ah, Leute. Ich. Ah, ja. Blind-RP sind doch immer noch am besten. Oder? Mal sehen. Was ist denn da so im Wasser? Außer diese Viecher. Hallo. Hey. Und hier ist nur eine blöde Flair-Maus. Und dann kommt das Ding. Aha. Was uns wohl hinfühlen wird? Zu einer Kiste und lauter Fallen. Und einem Herztai. Ah, schön. Ja, ein Herztai haben wir da gefunden. Aber auch nichts, was uns weiterbringt. Was uns sagt, wo der nächste Tempel und so ist. Na ja, aber ist auch schön. Nicht wahr? Ich habe jetzt das Gefühl, dass ich jetzt hier irgendwie 1000 Parts random rumlaufe und keine Ahnung habe, wo ich jetzt lang war. Aber ich würde sagen, ich habe jetzt genug aufgenommen. Und langsam, ich habe noch keine Zeit hier. Ist gerade 23.52 Uhr. Und ich würde sagen, es ist hier so eine super Stelle, wo ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bei Let's Play. Let's play. Let's play. The legend of the record of seasons. Ciao. Ciao.